Servus, Salve und Hallo! Es ist Mittwoch und es ist heiß. Und morgen soll es noch heißer werden. Aber der muss durch. Bevor ich mit euch mit dem DAX anfange, ganz kurz was hierzu. Das war der Film, den ich vor drei Tagen reingestellt habe. Börsenwissen wünscht euch was. Da kamen schon jede Menge Kommentare. Ich bin nur noch bis Mittwoch, Donnerstag, nächste Woche da. Und mache auch Filme. Und dann bin ich mal 10, 12 Tage im Urlaub. Deswegen, ich fordere euch auf, schreibt ruhig noch mehr rein. Aber ich habe eine Tendenz, die ich da sehe, was ihr alles haben wolltet. Und ich werde das auf jeden Fall noch weiter beobachten. Und in der ersten Woche September fange ich dann damit an, die ganzen Dinge so langsam abzuarbeiten. Also bestimmt mal einen, wenn es reicht, zwei die Woche. Aber ich habe eine Idee. Erstmal vielen Dank dafür, dass ihr das gesehen habt. Und auch die Kommentare geschrieben habt. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Und jetzt gehen wir zum DAX. Ich selbst bin gar nicht so ein DAX drin. Es gibt wahnsinnige Bewegungen teilweise. Ich finde die Börse nach wie vor sehr, sehr interessant. Ob das heute mal eine BMW ist mit minus 6 Prozent. Und dagegen die VW mit heute plus zwei. Aber in den letzten Tagen auch stark gestiegen. Die Commerzbank, das war unglaublich heutige Bewegung. Von fast 7 runter auf 6,50. Jetzt wieder 6,90. Lufthansa stabilisiert sich. Streik hin oder her. Schlechte Zeiten hin oder her stabilisieren sich. Auto 1. Jetzt endlich geben Sie mal ein bisschen Gas. Das habe ich die ganze Zeit gewundert, dass da nichts kam. Also es ist jeden Tag irgendwie was los. Ich mag den DAX. Ich finde auch nach wie vor, der sieht ganz gut aus. Er nutzt seine Chance, um jetzt hier mal drüber zu gehen. Wir haben also das letzte Hoch, was wir hatten von, was war denn das dann? Am Montag, wo wir geendet haben, mit so einem Inverted Amt Dweller Doji. Das hat er heute mal genutzt. Er hat es mal 25 Punkte überboten. Nach wie vor gelten meiner Meinung nach diese Punkte hier. Das Gap vom 10.06. auf Xetra bei 13.761. Und hier unten, heute waren wir bei, wo ist denn das? 13.250 als Unterstützung. Das sind für mich momentan die Make-or-Break-Lines. Aber er nutzt die Chance. Ich hatte das letzte Mal gesagt, kämpft weiter. Oder hat noch Chancen. Oder hält sich alles offen. Ich weiß jetzt nicht, was ich als Überschrift genommen habe. Und das tut er. Immer mal wieder 50, 60, 100 Punkte runter. Und dann holt er sich das alles wieder. Also es sieht eigentlich so weit nach wie vor in Ordnung aus. Auch von der Technik her, das ist okay. Und wir sind natürlich überkauft, ein Oszillator. Aber da ist kein Verkaufsignal, nichts dergleichen. Auch keine Divergenz, gar nichts. Also ich meine nach wie vor, der hat zumindest die Berechtigung, hier hoch zu gehen. Ich habe auch die Scheine ein bisschen enger genommen diesmal. Und zwar ist das hier. So. Den Call habe ich hochgenommen. Und zwar auf 13.015. Da sind wir ganz knapp. Wir sind hier. 13.015 unter diesem letzten Verlaufstief. Das ist ein 22er Hebel. Das ist die GK801Q. Und den Put, der hat im Moment ein 26er Hebel und der wird höher. Den habe ich, das stimmt hier nicht. Das heißt 14.081. 14.081. Habe ich die Null vergessen. 14.081. Der liegt also ungefähr hier. Hinter dem Gap. Ich glaube schon, dass der Markt sich hier oben in diesem Bereich 13.761, 13.827 ein bisschen schwerer tun wird. Der dürfte dann, wenn ich es richtig gerechnet habe, einen Hebel haben von ungefähr 40. Das ist dann eine richtig heiße Geschichte. Das ist die GX8 SL3. Aber den kaufe ich jetzt noch nicht. Ich rechne damit, dass wir hier noch das ein bisschen weiter ausfüllen. Und bin grundsätzlich zumindest für die nächsten zwei Tage echt ganz positiv. Und da muss man halt am Freitagabend mal überlegen, wie er die Woche abgeschlossen hat. Also ich mag ihn hier grundsätzlich. Ich denke, er hat noch Platz nach oben. Genau so hatte ich das letzte Mal geschrieben. Hat noch Platz. Und bleibe ich dabei. Aber ich finde die Einzelwerte nach wie vor super interessant. Und ich werde mich persönlich eher in denen tummeln. Also schaut euch nochmal den Film an und schreibt nochmal gerne ein paar Kommentare drunter über das Wünscht euch was vom Börsenwissen. Damit ich dann Anfang September anfangen kann. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.